3-Jahr-Baldenweg Das 3-Jahr-Baldenweg ist ein Kollektiv von drei Geschwistern, die sich auch als Freunde begegnen und gleichzeitig zusammen Musik machen. Filmthemen zu komponieren im kleinen Rahmen und das schlussendlich auf eine grosse Linie anzubringen, wo die Leute das vielleicht sogar im WC noch betreffen, ist einfach ein super Gefühl. Die grossen Namen, John Williams, Hans Zimmer, Morigone, Nino Rotta sind die Leute, die einen beeinflussen, aber sicher findet man auch die eigene Stimme danach. Das erfolgreichste Projekt ist immer das, wo man abschliessen und schlussendlich sieht, wie die Leute darauf reagieren. Kino ist für mich ein Eintauchen in eine Welt und gleichzeitig zu kleinen Momente mit anderen einen Moment teilen können. Die beste Kinoerinnerung ist, als wir dem Allianz Cinema Zwingli vorgeführt haben zu unserem 15-Jahr-Jubiläum und das konnten wir mit unseren Freunden teilen. Rotwein. Für mich ein Liken. Um aber schlussendlich mit den Leuten darüber zu sprechen. Wenn man mit einer Emotion im Kino ankommt und mit einer anderen Emotion rausläuft. Die beste Kinoerinnerung ist so wichtig, dass wir die Kinoerinnen im Kinoerinnen und Kinoer verfolgen. Bis zum nächsten Mal.